Also sie könnten auch vermutlich zu Fuß rüber. Ja, aber das ist langweilig. Oh, sind alle da. Nicht ganz. Egal, der kommt schon hinterher. Ja, so wie immer. Jetzt ist der Zombie nicht mehr drauf. Nein, wir haben einen Zombie zurückgelassen. Der Zombie Nummer 1. Der war der Beste von allen. Sollen wir mal zurückfahren? Ah, wir holen zusammen. Im Moment haben wir keine. Im Moment habe ich einen Raben. Ah, ihr wollt den Zombie doch noch holen. Ah, ich meine, hier ist doch eine schöne Bondelfahrt. Die kann man auch zweimal machen. So, muss man ja schon wieder gewesen. Der war hier schon verwirrt am hin- und herlaufen. Das war ich. Kommt jetzt der andere auch noch hier rauf. Jetzt sind alle da. Ach, jetzt. Immer diese Zumbis. Jetzt habe ich meinen Kochkopf vergessen. Okay, zurück. Die Folge wird einfach nur immer hoch und runter. Kloster Rosenborg. Oh, ich wollte nur noch mal die Siren anklicken müssen. Hier, die hier steht und die anderen einfach. Oh, ein bisschen Gold. Ich will gar nicht, was wir alles noch verpasst haben auf dem Weg hier runter. Welche Abenteuer. Mein Herr, das ist Kokos. Man kann ja in den Kopf gucken. Wisst, wie? Man kann dem Zombie in den Kopf gucken. Ja, lass doch. Ist wahrscheinlich nicht viel drin. Eine rote Masse. Ich muss mich immer so ein bisschen direkt beim Baden halten. Sonst rennt er nachher wieder in irgendeinen Kampf rein. Was denn? Ich will nur reden. Die anderen wollten auch reden. Mit ihren Fäusten. Die Diskussion gegen die Schwerter hast du leider verloren. Nee, gegen die Schwerter habe ich nicht verloren. Die komische Magiegeschosse habe ich verloren, die da auf einmal kamen. Die haben dich nicht getroffen. Rühren. Oder. Ich habe dich damit nicht angegriffen. Ich habe aber getroffen. Nachdem du das gemacht hast, war ich tot. Das lag aber nicht direkt an mir. Ich habe halt diese Ausreden versucht. Ihm war das nicht erreichbar, als ich hier hingeklickt habe auf der anderen Seite. Ja, weil es da eine Sprungpassage gibt. Die macht ja nicht automatisch. Oh. Wird gespeichert. Und ich sehe schon rote Punkte. Kobolde. Kobolde. Sind das jetzt nicht die Gigi-Gigig-Gig-Landling? Ja, die sind Yankee. Nee. Nee, sind Kobolde. Und die sind alle besoffen. Oder so. Vielleicht können wir ein bisschen Musik spielen und dann tanzen. Nee, er schläft. Das waren die Bläschen. Ich dachte, das wird betrunken. Ja, vielleicht schiefst du aber betrunken. Eben auch voll Feuer, nein, und schläft. Äh, ein Dings, ja. Das sind keine Kobolde. Silence! Move! I kill you. No, 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 I'm not coming in there. I won't. Ich wollte gerade sagen, hab wieder. Aber weißt du zumindest, was man macht? Irgendwie passt die Frisur von der anderen Dings irgendwie nicht so richtig. Ich gehe da nicht zuerst rein. Wieso nicht? Weiß ich nicht. Früher, ich habe eine Nahkampfwaffe, ne? Das ist eigentlich alles gut. Ja, er schickt die Nahkampfwaffe vor. Mama, mit der einen, da kann man reden. Ja, dann red er mal. Erste Frage, wer hat dich getötet? Ja, wer bist du? Erste Frage, wer hat dich getötet? Ja, wer ist... Regards müsste doch sowas heißen wie, äh... ...überall rauchen die rum. Jaaa... So viele mögliche Fragen, so wenig, die man stellen kann. Nothing...was telling...the truth. Didn't know...anything. Scared...heard...bad things...yanky...torture... Ist jetzt auch nicht besser. Ja gut, was die gemacht haben, die waren untergegangen, die waren mit den anderen zusammen unterwegs. little house...under a hill...somewhere...do...remember... Das muss aber schon lang weg sein, wenn du nicht mehr weißt, wo dort her ist. Religion viel geschlagen. Ja, bestimmt die Statue hier mit dem...totenschild am Fuß. Baby. In der Hand. Ich darf nicht auf Religion würfeln. Du hast schon. Achso. Ja. Irgendwie haben ein paar Gewürfe, die, ähm...etwas weiter weg standen. Wir gehen. Oh. Balsam aufgehoben. Jaaa... In der Kiste ist noch was drin. Das wurde nicht sofort geplündert oder so. Das wäre... Aber sie wurde als...sie wurde als, äh...noch nicht angeguckt. Ja. Manchmal passiert das. Also ich hab's auch noch nicht angeguckt. Ich kam noch nicht zu. Wie kann das denn sein? Oh, ein Skelett. Mehrere-Skelette. Ah, Schattenherz-Atefakt. Wo geht ein Skelett? Ah, Schattenherz-Atefakt. Sie wollen das Artefakt. Sie werden nichts von dir stoppen. Wie? Die Geschenki auch? Nicht nur die, äh...andern? Die absoluten Menschen? Ja. Tja, aber was hilft's? Ja, Klostertür ist verschlossen. Verzaubert auch noch. Ja, dann können wir nichts machen. Dann müssen wir was anderes machen. Ich glaub nicht, dass ich Klopfen eingepackt habe. Schade. Schlossknacken unmöglich. Ja, also... Mein Schlüssel passt da nicht. Schade. Dann... Müssen wir einen anderen Weg finden. Hä? Schade. Sie wollen das Artefakt. Ja, das ist egal. Jetzt glaub ich für jeden. Aber diesmal ist das die Erzählerin und ich... Ja, toll. Sprungpassage. Hey. Wo ist springen? Äh... Da ist springen. Zommys sehen sehr lustig aus beim Runterklettern. Oh, Truhe. Ja, mit Sachen für mich. Mit einem Elixider-Wachsamkeit. Vermutlich weitere nicht mehr. Gibt's noch weiter, ne? Hm. Das könnte vielleicht auch noch mehr sein. Allihop. Hä? Wo läuft die denn hin? Das sah grad komisch aus, was du gemacht hast. Irgendwie erstmal so in den Abgrund gelaufen und dann... Oh, wir kommen wieder hoch. Ist ein Loch in der Mauer. Jetzt würde ich halt gern mal die Kamera so drehen können, aber das geht nicht. Man kann ja immer hin und her fliegen. Hier. Sumpfgras. Und noch mehr Loch in der Mauer. Hier oben. Äh, okay. Jetzt haben wir ein bisschen hinterhergekommen. Wo ist mein Wildschwein? Das steht noch vor der Sprungpassage. Hier ist ein Erdhaufen. Springen, Wildschwein. Hymn. Springen. Äh... Nicht erreichbar. Wieso nicht erreichbar? Ui, hier ist ein Sarg. Eine Holztruhe. Bei einem Grabstein. Das ist für mich ein Sarg. Aber okay. Vielleicht ist da wieder jemand drin, mit dem geredet werden kann. Vielleicht. Muss ich mal aufmachen? Ach, warte mal kurz. Wir müssen erstmal das Wildschwein hierbei kriegen, glaube ich. Das ist schon wunderbar. Ah, wunderbar. Dann... Dann öffne ihn mal. Dann sind wir in Sicherheit. Hä? Frostiger Streitkolben. Hm. Irgendwas... Eine Kerze. Ein Amethystring. Und irgendwelche Meister seiner Kunst. Arskel Stockhold. Dawnmaster. Von der Tod. Die Leben. Ja. Hm. Guck mal, was da drin steht. Still breathing. Despite everything. Aha. Also, wir könnten dich ja bei den Gesichtern hier abliefern. Also, es steht nur, der Typ wurde begraben mit den Streitkolben zu Ehren von den ganzen Streitkolben, die das Böse vertrieben haben oder sowas. Okay. Haha. Bisschen seltsam. Warte, ich kann es nochmal genau lösen. Der geliebte Dämmermeister Stockhold wurde mit einem zeremoniellen Streitkolben begraben zu Ehren der vielen beschreidenden Streitkolben, mit denen er zu Lebzeiten das Böse aus diesem Land getilgt hat. Ah, ja. Hm. Die Büste hat gesprochen. Ah. Vielleicht kann ich... Das sieht aus wie ein Magik-Math-Spring. Das Wort gehört wahrscheinlich zu jemandem, der lange weg ist. Ein Tonband. Super. Ein magisches Tonband auch noch. Oh nein. Oben kann man noch hoch springen, ne? Es ist ein Skelett. Und es ist ein Skelett. Wir brauchen die Lange. Die Tür. Das Skelett hat ein Kurzschwert und ich habe irgendwas nicht geschafft. Wir brauchen die Lange. Wir brauchen die Lange. Wir brauchen die Lange. Das ist lustig. ja ich würde sagen ein geist gut hier geht es halt rein zu den dd also durch die tür geht halt rein zu den den spaßmachern ja wenn wir hier durch die band kommen wir natürlich interessant und hallo wie kann man doch bestimmt reden kann man nicht lange wirksam dauerhaft bewaffnet mit dem möchte ich mich jetzt eigentlich nicht anlegen aber das steht halt ja auch nur rum tänzen nichts aber stufe sieben ist ein konstrukt wiegt 50 kilo können wir den zauber der ist halt irgendwie gewirkt worden für uns kämpfen lassen ich wollte bloß ein skeletter untersuchen ich habe den spiegel angeklickt vielleicht war es auch das okay ich war mit der kamera gar nicht da also ich habe den spiegel geklickt und in dem moment beginnt der kampf also kann sein dass es vielleicht daran einer von uns beiden ist schuld ja sehr gut ich auf jeden fall nicht das denkst du okay ich habe nichts angeklickt ich habe nur in einer anderen dinge was in der gerett was in der generellen umgebung anwesend keine resistenz also fast tot ich hatte den kritischen treffer er hat noch drei lebenspunkte gar nichts machen das wäre also sein haupt gimmick war anscheinend irgendwie wenn man im nahkampf angreift kriegt bei übergezogen ja ganz viele skelette weil die lagen vorher schon da ja jetzt wollte er nicht dass dies ich habe sie die vermutung anrühren war so das gefährliche was machst du ja ich versuche ein buch zu lesen aber ich scheitere an mir selber es was ist ach die tür ist hier auch verzaubert ja wenn du hier durch die obere tür gehst kommst du quasi an der tür wieder vorbei oder ja davor liegt nämlich auch ein skelett ich bin da alte wartungsaufzeichnungen irgendwas interessantes erinnerung an den hausmeistern wenn ihr die maschine ölt dann gibt bitte acht die statuen selbst auszulassen der stein neigt in letzter zeit dazu zu locker zu sitzen sowie zu pera hat er ungeblich eine volle durierung ausgelöst bis streitachs aufgehoben peremonien streitachs kommt nicht an die dicks ran fährt gerade auf ich habe auch noch ein pfeil den ich den geben könnte pfeil des feuers ja das sind immer so dinge die kann ich leider so selten einsetzen die machen so flächenschaden die tür ist auf ja und die war offen ja dann mal dran also sag ich unten noch sollen wir jetzt unten oder oben her gehen und noch weiter ja unten war halt auch nur mit für also von daher dann muss ich entscheiden aber ich finde oben irgendwie sympathischer nein ich wollte nicht mit ihr reden mit der tür oder wenn wir nein ich wollte das klett ausnehmen hier war zwar nichts drin aber das wusste ich vorher nicht man könnte hier sogar noch weiter nach oben klettern ich habe mal eben was da ist hier hinten ist noch wie so ein thronsaal oder sowas das fenster da kannst du wahrscheinlich von oben auf die gnome hüpfen oder so hier ist eine sequenz die startet ja ein greif oder ein spartner oder so ein rock verachtungsvoll vielleicht kannst du dich zurückziehen ich würde mit ihren umgehen mal probieren ja weil ich halt schon mit denen sprechen kann darum ach so ja jetzt versuchen wir nochmal hoch zu klettern ich meine du hast die besseren so sozialen fertigkeiten ach verdammt jetzt geht das schon wieder hier ach mann ich wollte doch nur zur seite gehen verdammt ich hab nur einen kleinen schritt zur seite gemacht ich bin nicht mal näher auf ihn zugegangen ah doof ich bin extra unten geblieben ich wollte extra mit ihm reden ja ich dachte ich gehe nur kurz zur seite dass du halt dann auch da hochklettern kannst und alles aber ich weiß da bist du nicht dran schuld ich bin glaube ich einen halben meter oder so gegangen oder einen meter mehr nicht sonst müssen wir nochmal neu laden nö ist dann halt so sag doch dass du den greifen töten willst wieso ist das nicht erreichbar für das Wildschwein äp ich zieh grad mal die Verstärkung nach die Kavalerie ja mach das mal das sieht aus wie so eine fette Waffe dieses goldene Ding das sieht zumindest nicht aus wie ein Teleskop das ist ein spitzes Ende das meistens das ist schon wieder zwei der Rad das ist schon wieder zwei der Rad oh es sind alle da juhu oh schade er ist nicht blind aber er hat klaffende Wunden welcher ist das Knäuel was da steht wenn hätte einer so eine zurückbrückende Flächen angepasst fliegen wir alle runter ja da muss man da stehen bleibt ich habe mich da noch nicht bewegen nochmal zu bewegen ja sie haben solche Angriffe perfekt dann bin ich gleich weg schade 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 auf dem Treffen der Yolo krägt will mal reden und sorgt dann für Chaos ne ich wollte reden Das war das Problem. Sollte nur nett sein. Das meine ich ja. Fängt mal an mit euch. Geh mal vor und rede und dann am Ende sind wir im Kampf. Schon frech. Er hat mich runtergeschmissen. Das ist noch viel frecher. Dafür sei jetzt blind. Ja, und so. Oh, kann ich von da aus irgendwas treffen? Weg ist unterbrochen. Super. Ich hab mich hingelegt. Und er ist ein bisschen runter da. Sehr gut. Wissen wir, diese Tage, da sollte man... Es ist Montag. Ja, genau. Keiner mag Montage. Die sind seltsame Kristalle im Boden. Keremonienkriegshammer. Aha. Ein toter Kobold? Was? Kann man mit ihm reden? Verdreht heran. Ich glaube, man kann nicht mit ihm reden. Aber man kann es mal versuchen. Man kann was mit den Kristallen machen. Nee, wie zu erwarten, der konnte nichts zu sagen. Man kann was mit den Kristallen machen. Ja. Rühren. Seht nichts. Troll. Bereits in Verwendung. Ach so, jetzt bin ich da verstrickt. Ja, ich sehe eh Kräfte Ranken, die da sind. Also man weiß, was man mit dem machen muss, ist es vermutlich ganz einfach. Ja, bestimmt irgendwas, um dieses Ding einzustellen, könnte ich mir vorstellen. Aber vielleicht muss man vorher noch irgendwas aktivieren. Unter Garantie. Vielleicht vorher die Ranken abfackeln, damit das Ding sich wieder bewegen kann. Also was. Auf jeden Fall, dass es halt nicht mehr blockiert ist. Ja, das ist möglich. Oh, damit ist alle aus dem Weg. Oder halt direkt auf das Ding. Null. Nee. Also zumindest die Ranken da am Fuß sind weg. Du bist aber echt ein super Spürhund für Ranken. Ja, ich finde die alle. Ja, aber wenn man auf dieses... Was ist denn das? Das Teleskop geht, dann kriegt man immer noch nur verdrehte Ranken dann als Rückmeldung. Bei mir steht da gerade Blut. Ja, aber da... Hat das drauf ziehen nichts gebracht. Tja. Vielleicht ergibt sich da noch was. Oh, wie man hier noch hin kann. Und geht's ja dann auch nochmal weiter. Kann aber noch eine Weile dauern hier, oder? Ja. Ja. Es geht sich davon aus, dass wir das Kloster, äh, die ganze Karte innerhalb meines Tages schaffen. War schon wieder halb neun. Ja. Oh, heil, tränke. Oh, heil, tränke. Lass die Arme ranken in Ruhe. Nein. Die sind nicht nett zu mir. Ich habe eher das Gefühl, dass du dich so sehr magst, dass... Du willst quasi von ihnen gefangen genommen werden. Hallo, ich bin grün, die sind grün. Grün und grün gesellt sich gern. So ist es. Was ist denn eine masochistische Ader? Clips, was für Clips, Ossl? Uralter Geschenki-Krieger. Na, wenn der doch bestimmt viel zu erzählen. Er hat eine Geschenki-Scheibe. Uh. Diese Steinscheibe ist kreisför im Pindromen und Pyktogramm graviert. Ich könnte natürlich auch meine Masken mal wieder aufsetzen. Und wir nochmal auf die treffen. Wahrscheinlich bringt das nicht so viel hier. Oh, der wird... Nee, der ist... Ziel darf kein Untoter sein. Nee, der ist doch tot. Ja, äh... Genette sind anscheinend nicht für den Zauber empfänglich. Äh... Hier unten sind auf jeden Fall wieder irgendwelche... Na ja, das werden vermutlich Kobold oder so sein. Unter uns. Kobold-Pündereier. Geremischka. Die die gesoffen haben wahrscheinlich. Ja, das ist gar nicht. Unsichtbares Sehnen. Hm. Komisch. Ja, da unten geht's dann ab. Entdeckt. Ja, da unten ist Grimischka. Also mein... Untersuchen. Das ist, äh... Eine Monstrosität. Okay, gut. Das steht so oben drüber. Das hab ich mir selbst nicht ausgedacht. Ach, da kann man's auch sehen, ja. Ich sehe gerade gar nicht, von wem ihr redet. Die sehen doch ganz putzig aus. So stelle ich mir China vor. Wenn er ein bisschen zu sehr gefeiert hat. Ach, da, die Dinger. Ja, die können nix. Das ist halt Stufe 1. Eben. Dann könnte man ja hier runterklettern. Haben wir überhaupt was zum Klettern? Ja, oder? Täuscht das? Das täuscht. Ach, schade. Sonst könnte man die Ranken immer klettern. Dann... Ja, ich meine, hier nebenan können wir unter Garantie so schrittweise runterspringen. Ich auch. Ist auch nicht zu tief. Kriegt man keinen Schaden. Das ist so ein bisschen mit der Kamera, dass man woanders hin zielen kann. Ich setze mich erst mal auf die Bank. Oh, ich hab gerade kurz Angst. Aber auf einmal hat sich einer von euch bewegt und der Zielpunkt vom Springen hat sich einfach außerhalb meiner Sicht geändert. Und ich dachte, jetzt springst du direkt runter. Ja, warum nicht? Tut bestimmt nicht weh. Yay, null. Ich hab mir wehgetan, aber auch irgendwie nicht. Okay, die Tür ist abgeschlossen. Was? Ist mir der Generalschlüssel ran? Ja. 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 Vielen Dank.